Heute stellen wir euch das Thema Hungersnot vor. Das ist Peter. Er isst sehr viel, deswegen ist er auch sehr dick. Das ist Lisa. Sie hat überhaupt gar kein Essen, deswegen ist sie auch sehr dünn. Fast zwei Milliarden Menschen gelten als mangelernährt. 800 Millionen Menschen sind chronisch unterernährt. Solche Mängel haben erhebliche Folgen für Gesundheit und Wachstum. Eines Tages trafen sich Lisa und Peter zufällig auf der Straße. Es war Liebe auf den ersten Blick. Nach zwei Jahren heiraten sie. Danach haben sie sich entschieden, ein Kind zu kriegen. Sie heißt Natalie. Okay, das war das Ende von unserer Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.